Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Sims 4 100 Baby Challenge. Ja, wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben. Und hier haben wir einmal den Florian Weishaupt. Und unsere liebe Penny ist schwanger. Und ich würde sagen, machen wir doch jetzt mal weiter. Auf Wiedersehen. Ich muss ausdenken, dass es dir Zeit gibt. Ja, jetzt kannst du einfach mal was essen. Achso, ne, okay. Essen. Was machst du? Mörders bringen, ein Gericht nehmen. Achso. Wo hast du denn den Müll jetzt hingepackt? In der Zeit, wo wir schwanger sind, müssen wir überlegen, was wir in der Zeit machen. Aber nicht schlimm. Was sind denn denn die Müll? Du kannst dann gleich mal ein Gemälde malen. Gemälde. Ja, also. In der letzten Folge sind wir schwanger geworden von dem Florian Weishaupt. Und ja. Wir dürfen nicht arbeiten gehen. Ich werde auch nicht arbeiten gehen mit Penny. Ähm. Dann soll sie lieber was malen und ja. Mach weiter. Inspiriert. Oh. An Sammler verkaufen. Hast du den Müll jetzt rausgebracht? Oder hast du den wieder nur daneben gelegt? Nein, okay. Dann kannst du noch ein Gemälde malen. Klassisches Gemälde. Ein mittleres Gemälde. Wenn du gerade inspiriert bist. Und ja. Also. Oh. Mach mal ein bisschen schneller. Kannst du das auch an Sammler verkaufen? Danach kannst du aber schlafen gehen. So. Ja, ähm, meine Liebe, was? Ausgeschlafen bist du, dann kannst du die Toilette verwenden. Kannst du Frühstück servieren, Ruhlerei mit Speck. Guten Morgen. So. Wir warten, bis sie aufgestanden ist. Dauert nicht länger. Wir machen das dauernd noch jeden Fall und dann können wir... Oh, da steht's auch schön auf. Oh. Ach, der hat zu essen. Oh. 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 noch schlecht. Ja, kochen lernen wir noch, meine Liebe. Und so, meine Freunde, ihr könnt mir doch, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, mir Sims erstellen. Ich habe unter dem Hashtag, wenn ihr die Sims habt, ladet die einfach in der Galerie hoch, dass ich sie auch dann finde. Unter dem Hashtag, jetzt lass mir überlegen, Pennys Küche. Machen wir Hashtag Pennys Küche, dann finde ich sie. Mir fällt jetzt kein besserer Hashtag ein, aber egal. So, mach mal schneller. Ja, die Teller verkaufen wir. Übergeben, oh. Schlechtes Essen gegessen, ja. Kann ich aber leider nichts dafür, wenn du zu dumm zum Kochen bist. So, ähm. Kannst du noch mal ein Buch schreiben? Schreiben, Buch, Kind, ja, auf Fernseh zu gucken. Beschwer dich doch nicht ständig. Also ein Haus bauen oder ein Sims erstellen unter dem Hashtag Pennys Küche, dass ich es dann auch in der Galerie wiederfinde. und ich nehme jetzt einfach mal Power Patrol. Ja, wir schreiben jetzt ein Buch über die Power Patrol. So. Du machst das bitte noch und dann, ähm, ja. Unser Buch verkauft sich anscheinend ein bisschen gut oder auch nicht. Vielleicht auch ein bisschen zu schlecht. Hey, Marcel möchte vorbeikommen und abzuhalten. Ist das in Ordnung? Ne, jetzt nicht. Wir haben jetzt keine Zeit zum Abhängen. So, ähm, die 100 Baby-Talent wird Montag und Dienstag kommen. Mittwoch kommt nichts. Die Freitag und, Donnerstag und Freitag würde dann Sims 3 kommen. Ähm, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich, äh, kann es auch nochmal gerne unten in die Info-Vox, äh, schreiben. Ist das Buch jetzt fertig? Ach so, ja, okay. Dann guck mal ein bisschen Fernsehen. Beispiel an deinem Handy, da du ein bisschen Spaß hast. Und, so. Kannst du mal aufhören. Kannst du mal eben noch duschen. Kannst du das mal bitte säubern? Und das kannst du bitte aufwischen. Und... Und... Ja. Ein Gericht nehmen. Ein Gericht nehmen. Dann... Wenn du das dann gemacht hast... Mach mal die... Langsamere Geschwindigkeit nicht zu schnell. Und... Joa. Wenn du nur gegessen hast, danach kannst du Pepe machen. Übergeben. Ne. Ne. Muss dringend pieseln. Ja. Kannst du doch gleich. Liesse. Kannst du bitte an dein Buch weiter schreiben. Schreiben. Buch. Äh... Piech der Drache. Das können wir doch lassen. Warte. Jetzt gucken wir mal eben hier. Noch mal gleich. Also hat... das Buch doch fertig gehabt. Warum sagt mir das denn keiner, Freunde? Nein, 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 nein. So. Dann scheint das bitte zu Ende. Und dann... Ja. Kannst du schlafen gehen? In welchem Trimester? Ach, wir sind schon im zweiten Trimester. Hä? Ging so schnell? Wegen Versuch, Baby zu machen. Penny ist im... fortgeschrittenen Stadium ihrer Schwangerschaft. Und... freut sich darauf, Mutter zu werden. In 21 Stunden. Ja. Aha. 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 So, dann kannst du... gleich... danach schlafen. Okay, mach das aber bitte vorher noch zu Ende, ja? Also... Was ist denn jetzt los? Ja, ich bin ja schon da. Geh bitte aufs Klo, dann kannst du frühstücken oder mit Speck. Haben wir nichts anderes? Bin aber doof. So. Ja, also. So, komm, mach. Ja, genau. Vor dem Essen anfassen, immer schon die Hände waschen. So gönne ich mir das. Komm, bewege dich. Danach kannst du... Okay, ich lasse dich erstmal essen. Kannst du kochen? Ja, du kannst kochen. Nein, kannst du nicht. Mhm. So. So, mach. So, okay. So, ich nimm dir den Teller. Mach das, bitte. Und dann, ja. Ja. Oh, kannst du Spiele spielen. Sims Forever. Com S. Hast du auch gemeckert. Hast du auch gemeckert. So. So. Ja. Bist du... So. Selbstveröffentlichen. selbst veröffentlichen, also okay, das erste Mal nehmen wir das zweite auch gleich, ähm, ja, Gott, ja, meine Freunde, komm, so, dein Spaß ist gleich wieder oben, lass mal nochmal ein bisschen, dass du deinen Spaß ganz normal hast, so, kannst du das jetzt mal lassen, verkauf bitte das Buch, selbst veröffentlichen, veröffentlichen, kannst du das auch mal machen, ja, lauf einfach mal, dann kannst du mal jemanden anrufen, plaudern mit, ähm, mit Marcel, so, und wie viel drin ist, da sind wir den zweiten, immer den zweiten, so, mach mal ein bisschen hier, social, Blumat Penny hat ein eigenes Buch veröffentlicht, Buch, willst ein Buch lesen, ne, aber ich würde mal sagen, das lässt du lieber bleiben, dann malst du lieber noch was, ähm, ein Pop-Art-Gemälde, ein kleines, so, danach, oh ja, ist das fertig, jo, an den Sammler verkaufen, kannst du auf Läppchen lassen gehen, Florian weiß, oh, möchte vorbeikommen, ist das, und abhängen, ist das in der Ahnung, hör mal, nein, wir wollen nicht mehr, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, ja, so einfach, wir wollen nur ein bisschen Spaß im Bett, ich wollte gerade was anderes sagen, aber ich lasse es lieber, so, kannst du wieder aufstehen, kannst du essen, koch mal was, koch mal, ähm, Bruder, einen Speck, mach mal Macaroni mit Käse, machen wir mal eine Familiengröße, und hier, und hier, encore bitte schnell, äh, 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 Kannst du den Kühlschrank nicht bitte wieder zumachen? Ähm, der Kühlschrank ist leggy, der ist buggy, hallo, ja, gut, so, 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 jetzt schneller, jetzt kannst du eigentlich, ja, Lektion kleptomanisch. Penny ist kleptomanisch für... Äh, das Spiel ist Buggy gerade und ich glaube, wir sind im dritten Trimester. Ja, wir sind im dritten Trimester. So, kannst du nicht den Küchern irgendwie zumachen? Schnelle Mahlzeit, nimm mal Joghurt. Okay, hoffe ich geht dir gut. Ja, gut. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war es wieder von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und im nächsten Part glaube ich, dass wir schon das Baby bekommen. Und ich lasse euch jetzt mal ein bisschen Zeit. Und ja, damit ihr fleißig dann halt auch bauen könnt. Ich lasse euch so eine Woche Zeit. Bis zum nächsten Let's Play. Also, ähm, ja. Ich würde sagen, das war es. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dahin, euer Flo. Ciao.